wieder ein Fan Request den Oda erfüllt hat. Aber dann geht es richtig los und zwar fängt der Kampf Sanji vs Page 1 an. Und dieser Kampf sag ich euch jetzt schon wird mega mega episch. Denn Sanji sagt sich er muss jetzt einfach den Raid Suit austesten. Und dies macht er gleich und so Sailor Moon artig wird er erstmal nackig und dann kommt so eine Flüssigkeit um ihn herum und plötzlich steht er dann auf einmal da. In seinem Raid Suit. Law erkennt ihn. Beziehungsweise erkennt er die Geschichten der Germa 66 und Sora. Denn im North Blue war das ja eine berühmte Comic Reihe. Und dort gab es auch den Germa 66 Kämpfer Nummer 3 welcher in dem Fall Sanji repräsentiert als dritt ältester Bruder. Und er hört auf den schönen Namen Stealth Black. Und schon sehen wir Sanji wie ihr auch auf diesem kleinen Bild hier seht. Sehr 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 in schwarz gekleidet. Mit einem Raid Suit an. Mit der Kakashi Erinnerungsmaske wie ich schon in meinem Spoiler Video sagte. Und komischerweise hat auch er jetzt die Haare so nach oben gegelt. Aber auch das habe ich schon in meinem kleinen Spoiler Video gesagt. Deswegen werde ich mich daran jetzt nicht weiter aufhängen. Auf jeden Fall da ja Sanji die Germa 66 bzw seine Familie hasst. Entscheide er sich sich selbst nicht Stealth Black zu nennen. Sondern Super Mask. Wo alle anderen also Lesop und so direkt drauf sagen. Mann ist dieser Name Lame. Aber kommen wir jetzt nun dazu was der Raid Suit denn eigentlich kann. Denn Sanji springt direkt auf Page 1 los. Und zwar mit so einem extremen Speed. Also deutlich schneller als was er eigentlich könnte. Denn wie wir ja wissen die Raid Suits verstärken die eh schon vorhandenen physischen Kräfte. Also das heißt Angriff, Defensive und auch die Geschwindigkeit. Problem an der Sache war man konnte ihn nicht einmal sehen. Und das nicht mal nur aufgrund der reinen Geschwindigkeit. Denn der Raid Suit hat auch eine spezielle Fähigkeit weshalb auch der Name Stealth Black kommt. Denn dieser Raid Suit von Sanji kann die Umgebung auf den Raid Suit drauf projizieren. Sodass er im Grunde wie ein Chameleon unsichtbar wird. Er passt sich also sozusagen seine Umgebung an. Und deshalb können ihn seine Freunde und auch natürlich die Gegner in dem Fall Page 1 nicht sehen. Deshalb kriegt Page 1 auch direkt erstmal eine ziemlich in die Fresse. Was aber dann kommt ist mal extrem interessant. Und zwar sehen wir einen kleinen Flashback von Sanji wo er noch als kleiner Junge bei seinem Vater lebt, wo er noch nicht eingesperrt ist. Und dort liest er auf einmal über die Suche Suche No Mi. Denn die Fähigkeit seines Raid Suites, dieses unsichtbare oder diese Tarnung erinnert ja doch sehr stark an Sanjis Traum. Denn er wollte ja schon immer die Suche Suche No Mi, also die Unsichtbarkeitsfrucht haben, um eben unsichtbar sein zu können, um Frauen im Bad hinterher spionieren zu können. Doch dies ging ja nicht, da sie ja Absalom hatte bzw mittlerweile wie wir ja wissen Shiryu. Und in einem dieser Panel sehen wir Sanji wie er auf dem Boden hockt und über die Suche Suche No Mi liest. Und zwar im Teufelsfruchtbuch. Wir kriegen das allererste Mal dieses Teufelsfruchtbuch zu sehen. Und es scheint eine richtig dicke Wälze zu sein. Es ist halt die Frage, ob jede Seite für eine Teufelsfrucht steht oder ob auch mehrere Teufelsfruchte auf einer Seite stehen. Aber es scheint wohl doch recht 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 extrem viele von diesen Teufelsfrüchten zu geben. Und stellt sich wie immer natürlich hier die Frage, wer hat dieses Buch denn eigentlich geschrieben? Auf jeden Fall geht der Kampf zwischen Sanji und Page One weiter und Page One verwandelt sich von seiner Tierform in seine Hybridform und wie ihr auch schon auf dem kleinen Bild hier unten seht, sieht es halt schon echt mächtig aus wie so ein richtiger Echsenmensch. Richtig krass mit richtig dicken Muskeln. Fast so wie ich. Ja gut, nicht unbedingt. Wie wir auch da in dem Panel sehen können, beherrscht auch Page One natürlich Haki. Und zwar versetzte seine Klauen direkt mal in Rüstungshaki und versucht daraufhin Sanji zu schlagen. Doch dieser blockt diesen Schlag mit seinem Fuß. Aber Problem an der Sache ist, Page One hat eine antike Sohan Teufelsfrucht. Sohan Teufelsfrüchte haben ja unter den Teufelsfrüchten die größte physische Stärke. Das heißt Teufelsfruchtnutzer mit einer Sohan sind an sich physisch deutlich stärker als andere Teufelsfruchtnutzer bzw. als normale Menschen. Und deshalb wird Sanji auch direkt mal zurückgeschlagen. Dabei ist einfach noch zu sagen, antike Teufelsfruchtsohrennutzer scheinen wohl, so hört es sich an, nochmal deutlich stärkere körperliche Kraft zu haben, möglicherweise auch Regeneration als normale Sohan Teufelsfruchtnutzer. Ist halt interessant, wie sich es dazu zum Beispiel zu den Mystischen verhält. Also ich könnte mir eine Sache vorstellen, dass so die normalen Sohan Teufelsfruchtnutzer einfach ein bisschen physische Stärke, ein bisschen Heilungskraft hochkriegen. Dann diese antiken Sohan Teufelsfruchtnutzer, die halt eben diese Dinofrüchte und sowas haben, kriegen etwas mehr physische Kraft dazu und ihre Heilungsrate steigt zwar auch aufgrund der Teufelsfrucht, aber nicht ganz so extrem. Und dann gibt es halt noch die Mythischen, die haben eine höhere Heilungskraft dafür. Wir haben das ja immerhin schon mal an Marco gesehen. Ich meine es ist jetzt halt natürlich die Frage, ob es einfach direkt am Phönix liegt oder vielleicht doch anders, dass es eine mythische Teufelsfrucht ist, haben aber dafür vielleicht nicht ganz so eine krasse physische Steigerung. Also so könnte ich mir das mit den drei Sohan Teufelsfruchtarten zumindest mal erklären, dass es so wäre. Trotz dass Sanji durch mehrere Häuser geschlagen wurde, steht er einfach auf. Das heißt diese Raidsuit ist auch eine klasse Defensive. Page One denkt erstmal, er hätte Sanji erledigt, doch dieser springt einfach in die Luft und der Kampf geht weiter. Aber mehr kriegen wir nicht zu sehen, denn die Szene wechselt zu Orochis Schloss, wo wir Robin sehen. Während Orochi und seine Kortesanen weiter feiern, durchsucht sie nämlich das Schloss, denn sie denkt sich, hey auf Wano Kuni, die Leute haben die Pornoglyphe gemacht, also sollten da ja auch irgendwie Pornoglyphe sein, oder nicht? Sie sucht das Schloss ab, wird aber leider Gottes entdeckt und zwar von dem Ninja Squad, die Oni Waban. Ein Haufen extrem komisch aussehender Ninjas. Also wir haben da einen so einen Dude mit so einer Maske, der irgendwie auf einem Wal, glaube ich, reitet oder einen Wels. Wels sind die mit diesem Bart, dann wäre das ein Wels. Dann haben wir noch einen mit so richtig krassen Haaren, der so eine Schriftrolle im Maul hat. Im Hintergrund sehen wir dann noch so einen Halbriesen mit Schwert, der eher mehr aussieht wie so ein Shogun-artig, also nicht so ganz Ninja-artig. Dann haben wir noch einen, der hat so eine Art Wolken um sich rum, so wie Ruffy in seiner G4-Form. Dann kommt aus der Decke noch so ein richtig dicker, großer daher. Dann haben wir noch so ein kleines Mädchen, das irgendwie relativ süß aussieht und eher mehr ein bisschen vom Gesicht her wie so ein Mink. Dann haben wir nochmal einen ganz creepy Guy, der ein bisschen weiter links unten ist, der so eine Art Teppich auf dem Kopf hat und so eine Mumienmaske trägt. Der ist wirklich creepy. Dann eine, die aussieht wie so eine Kortesane, die halt eine Gitarre in der Hand hat. Ein, der aussieht wie so ein bisschen so ein Monster oder zumindest eine Monster-Maske trägt mit riesigen Hautzähnen. Und ein etwas dümmlich da rein lookenden mit dicken Pausbacken. Okay, ist das jetzt so der Secret Ninja Squad? Ich kann es noch nicht einschätzen, wie wirklich stark die sind und was wird da jetzt halt passieren? Ich meine, wenn die ein bisschen was drauf haben, wird Robin halt eine echt harte Zeit haben. Und ich gehe mal davon aus, dass die nicht so schwach werden, sonst hätte Orochi den nicht eingestellt. Deswegen wird schwierig. Aber dann taucht plötzlich nochmal ein Dude auf und zwar der Kapitän dieser ganzen univerbaren Truppe. Und der hat ein merkwürdiges Design. Der sieht so ein bisschen, hat er was aus von einem etwas älteren Virgo, würde ich mal sagen. Also hat er auch so eine Sonnenbrille auf. Trägt halt so einen langen Kimono. Ich hoffe, das heißt auch Kimono. Bin mir nicht so ganz sicher. Hat einen langen, spitzen, schwarzen Bart. Hat wie ähnel diese lang gezogenen Ohrläppchen, die ja glaube ich irgendwie Weisheit repräsentieren oder irgendwie sowas in der Art im Buddhismus. Bin mir jetzt auch nicht ganz, ganz sicher. Und das krasseste Merkmal, der hat irgendwie einen etwas erhöhten Kopf. Also eine richtig große, große Stirn. So wie man sich so ein Alien vorstellt. Ähm, ja. Also kein Plan, was mit diesem Dude sein soll. Ganz, ganz komisch. Ähm, aber auch da kriegen wir nicht weiter was mit. Denn Oda wechselt nochmals die Szene. Immer diese Cliffhanger. Und zwar kommen wir nach Kuri und zwar an den Strand. Dort trainiert ja Momonosuke fleißig weiter seine Schwertkunst. Ähm, Otama ist da. Ähm, Chopper ist auch da, der irgendwie Ninja spielt. Ich hoffe, keine Ahnung. Ich bin ein Ninja-Chopper. Und sie entdecken auf einmal etwas am Strand liegen. Ähm, im ersten Moment könnte man denken, das sieht aus wie so ein Potwal. Aber, also, naja. Manche bezeichnen sie vielleicht auch als Potwal. Ich natürlich nicht. Ich mach sowas nicht. Also ich bin ja ein herzensguter Mensch, wie jeder weiß. Ähm, aber die ein oder andere böse Zunge würde auch sie als Potwal bezeichnen. Und zwar liegt am Strand Big Mom. Wie wir ja wissen, ist im letzten Kapitel Big Mom mit ihrem Schiff sozusagen untergegangen und wurde wahrscheinlich durch diese ganzen Strudel ähnlich wie Ruffy an diesem Strand gespült. Und natürlich kriegen erstmal alle Panik, denn hey, what? Big Mom? Puh! Das ist nicht gut. Vor allem Chopper kriegt halt natürlich Panik, denn er hat Big Mom erlebt und was sie letzten Endes kann. Aber, ähm, sie scheint irgendwie etwas seelenruhig zu schlafen, wacht dann aber ganz kurz danach auch wieder auf. Und hier kommt jetzt der interessante Blood Twist. Denn sie fragt erstmal, ähm, wo bin ich? Und wer bin ich? Ja, Big Mom hat ihr Gedächtnis verloren und das lässt die Story-Handlung extrem weit offen. Denn wir können das jetzt in vielen, 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 vielen verschiedenen Arten spinnen. Wird sich Big Mom jetzt erstmal mit der Strohhutbande in irgendeiner Form anfreunden? Wird sie mit denen sozusagen eine Allianz eingehen, ohne dass sie es bewusst tut? Denn sie hat ja immerhin nur ihr Gedächtnis verloren und wird so gegen Kaido kämpfen? So hätten wir eine Möglichkeit, wie man Kaido besiegen könnte. Ich meine, diese ganze Strohhut-Allianz hier und dann noch Big Mom wäre schon eine krasse Kombo, muss man sagen. Problem an der Sache ist ja, es gibt ja auch noch Big Moms Bande. Die werden nach Big Mom suchen und sie früh oder später finden. Und was dann? Werden sie sich dann wieder irgendwie gegen die Strohhütte richten? Werden sie Big Mom dazu kriegen, dass sie wieder ihr Gedächtnis bekommt? Oder werden sie erstmal darauf reinfallen und halt erstmal denken, dass es wirklich Big Mom ist? Und wenn Big Mom sich der Strohbande anschließt, um gegen Kaido zu kämpfen, machen die halt mit. Das ist halt diese Schwierigkeit dabei. Ähm, es könnte natürlich auch sein, dass Big Mom im Laufe des Kampfes zum Beispiel ihr Erinnerungen wieder bekommt und dann halt einfach, ja, sich direkt mitten im Kampf gegen Kaido wieder gegen die Strohbande stellt. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man hier machen kann. Und wie ich auch schon in meinem Spoiler, äh, Spoiler, ja, Spoiler-Video, in meinem Spoiler-Video gesagt habe, ähm, gäbe es für mich auch diese interessante Möglichkeit, dass sich Big Mom wirklich so mit der Strohbande anfreundet, weil sie weiß ja nicht, wer sie ist. Also es sind die Strohhütte auch momentan nicht ihre Feinde. Und eigentlich alles ganz cool ist und sie Big Mom langsam anfangen zu mögen. Zumindest ihre neue After-Gedächtnis-Verlust-Art. Und plötzlich taut jemand auf wie zum Beispiel Blackbeard und killt Big Mom einfach. Ich meine, wir haben ja dieses Problem, wir haben zwei Yonkos auf dieser Insel. Wie soll Ruffy bzw. wie soll die Allianz zwei von denen besiegen? Ich meine, einer ist ja schon fast unmöglich, aber zwei? In irgendeiner Form müssen wir dieses Dilemma bzw. oder es ja lösen. Und da wäre es halt möglich, indem eben durch eine unbekannte dritte Fraktion, Big Mom oder Kaido, aber in diesem Ehrfall Big Mom einfach ausgelöscht wird und sich Blackbeard dann ihre Teufelsfrucht einverleibt bzw. zumindest die stiehlt und vielleicht einem seiner Dudes da einfach abgibt. Das wäre halt eine krasse Story-Wendung. Big Mom, die ewig böse, freundet sich auf einmal aufgrund eines Gedächtnisverlustes mit den Strohhüten an und wird zappzapp, gerade wo sie sich mit denen richtig anfreundet, einfach von denen getötet, also von Blackbeard getötet. Und dann rastet Ruffy richtig aus. Und dann bleibt halt die Frage, bleibt Blackbeard da? Kämpft er mit? Will er auch noch die Drachenfrucht vielleicht haben? Will er vielleicht Ruffy vernichten? Oder wird Blackbeard, sollte er die Seelenfrucht klauen, sich danach einfach verpissen? Fragen über Fragen über Fragen. Auf jeden Fall lässt es mit dem Gedächtnisverlust einige Handlungsstränge offen und wir können wirklich sehr, sehr, sehr viel reininterpretieren, was passieren könnte. Es gibt 100 Millionen verschiedene Optionen. Ja, und das war es auch schon wieder mit dem Kapitel. Das war ein echt gutes Kapitel. Ach ja, ich wollte euch ja noch kurz auch Chopper's Face zeigen. Ich habe ja auch das Bild. Wenn ihr euch fragt, woher ich eigentlich immer diese Bilder habe, die ich hier einblende, immer kurz nachdem ein Chapter rausgekommen ist, gibt es ein paar fleißige Zeichner oder Coloristen wie auch immer auf DeviantArt, die immer ein paar solche Bilder einfach raushauen. Ich glaube, einer der bekanntesten hier ist diese Moon Moon irgendwas. Ne, nicht der, sondern der von dem Sanji Bild. Amano Moon. Also der ist wirklich genial, was der zeichnet oder zumindest was der koloriert. Echt heftig. Also da habe ich schon einige, einige Bilder rausgenommen. Ich liebe diese Bilder einfach. Deswegen lasse ich die auch immer direkt so, dass man auch ihre Namen erkennt, weil die sollen für diese Bilder auch einfach Credits kriegen. Wenn euch solche Bilder gefallen, schaut auf DeviantArt vorbei. Wenn ihr einen DeviantArt Account habt, lasst ein Follow oder Sub oder whatever man in DeviantArt machen kann. Da würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, denn diese Leute haben es echt verdient, was die sich für eine harte Arbeit machen und das in einer so, so krass kurzen Zeit. Aber jetzt wollen mal wieder Chopper sehen. Big Mom. Ich hoffe auf jeden Fall, wie immer, dieses kleine Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe es heute nicht zu lange gezogen, denn eigentlich sollte ich echt mal langsam pendeln. Ich muss morgen arbeiten. Wenn ja, zeigt es mir wie immer. Ihr wisst ja. Daumen nach oben. Einen kleinen Klick auf den Abo-Button, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video. Bis dahin wünsche euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao. Und jetzt muss ich irgendwie wieder auf eine coole Art den Stop-Button finden. Beziehungsweise ich könnte auch einfach F2 drücken, aber das ist genauso kompliziert. Ciao.